Ja, die Frage haben wir recht angenommen und haben gesagt, ja, wir wollen spielen. Nee, es war natürlich ein richtig schönes Gefühl, so wie das erste Spiel. Wir beide waren im Kino und dann kommt diese Nachricht und das war einfach das, was man ertäubt hat. Ich denke mal, das ist für euch allen ein Ziel, worauf ihr hinarbeiten könnt, worauf ihr richtig Gas geben könnt, wenn der Fußball spielt. Einfach einmal da zu stehen und die Nationalhymne zu hören, weil da kribbelt das Ganze, der ganze Körper kribbelt dann und das sind dann Glücksgefühle, die unbeschreiblich sind.